Think Pink! Diese fünf Reiseziele solltet ihr unbedingt besuchen, wenn ihr die Farbe rosa genauso sehr liebt wie mir. Laguna Las Coloradas in Mexico. Hast du jemals eine pinkfarbene Lagune gesehen? Wenn nicht, dann solltest du unbedingt Las Coloradas im Nordosten der mexikanischen Halbinsel Yucatan besuchen. Hier erwarten dich nicht nur beeindruckende Salzberge, sondern auch Flamingos und menschenleere Sandstrände. Ein Paradies für Naturliebhaber. El Afonisi Beach auf Kreta. Ein pinker Strand? Ja, du hast richtig gehört. Der pinkfarbene Strand und das kristallklare Meer laden zum Entspannen ein. Hier kannst du relaxte Tage in einer besonderen Atmosphäre genießen. Pink Beach in Indonesien. Ein kleiner, aber feiner Strand, der uns wirklich staunen lässt. Hashtag No Filter. Der Strand ist tatsächlich pink und die Schönheit dieses Ortes wird dich bestimmt verzaubern. Jaipur in Indien. Im Norden Indiens erstrahlt die Metropole Jaipur in pink. Sie wurde zu Ehren von Prinz Albert, das war der Großvater von Queen Elizabeth II., in einem Farbton aus pink und orange gestrichen und wird seitdem Pink City genannt. Die faszinierende Architektur und die lebendige Kultur machen diesen Ort zu einem ganz besonderen Erlebnis. Die Rainbow Mountains in Peru. Last but not least die kunterbunten Berge in Peru, auch bekannt als Vinicunca. Dieses atemberaubende Naturschauspiel begeistert mit schillernden Farben und darunter natürlich auch sattes Pink. Aber Vorsicht, der Ort ist eine sportliche Herausforderung, denn er befindet sich auf einer Höhe von 5200 Metern und das ist höher als der Mont Blanc. Welche pinken Reiseziele kennst du? Wir sehen uns beim nächsten Mal.